Herzlich willkommen. Wir sind am Mittwoch angelangt, also in der Mitte des Co-Learn-MOOCs. In der zweiten Woche nach der Firma Merck ist die Continental dran. Unser Team ist unterwegs dabei, die verschiedenen Themen vorzustellen. Es gibt ja jeden Tag eine eigene Seite, eine Unterseite der Continental-Einstiegsseite in dem Co-Learn.de-Blog. Wir hatten am ersten Tag ja das ganze Thema mit den Videos, also eine Lernaufgabe. Jeder erstellt oder wer möchte, kann mit uns ein kleines Video erstellen, ein 60-Sekunden-Video, in dem er ein kleines Learning-Byte, einen kleinen Lernhappen, den er oder sie bis jetzt so mitgenommen hat, entsprechend zeigt. Wir haben am zweiten Tag das Thema Netzwerke aufbauen im Fokus gehabt. Das ist natürlich ein bisschen hinter den Kulissen gelaufen. Da war die Lernaufgabe eher zu schauen, wer ist denn mit mir in diesem MOOC drin, vielleicht sogar von der eigenen Firma. Mit wem könnte ich mich denn auf den sozialen Netzwerken vielleicht auch mal vernetzen. Und vielleicht jemanden kennenlerne, der zwar in der eigenen Firma ist, vielleicht in einem anderen Standort oder in der eigenen Region ist und mit dem vielleicht schon mal so eine kleine Diskussion führen. Und wir haben heute am Mittwoch das Thema CoachNet. Das würde ich auch noch mal kurz vorstellen und haben heute als Lernaufgabe das Thema Taggen. Ich würde einfach ganz gern mal durch diese drei Tage durchgehen. und schaue mal, ob ich dazu jetzt meinen Bildschirm geteilt kriege. Mal schnell. Schaust du mal, ob das per Video... ... bei der Bildschirmübertragung so ein bisschen ein Problem, dass man meinen Bildschirm dann nicht gesehen hat bei der Übertragung. Ist sichtbar, Harald. Sichtbar? Super, Dankeschön. Also hier noch mal ganz kurz die Einstiegsseite von Continental. Ein herzliches Dankeschön an die Janina Kirchhoff von Daimler, die hat da so eine schöne Titelgrafik gemacht, die wir jetzt auch hier verwenden dürfen. Die habe ich natürlich gleich dann hier eingebaut. Fünf Tage, fünf Themen. Uns ist natürlich jetzt auch aufgefallen, dass ja morgen Feiertag ist und vielleicht der eine oder andere am Breitag Brückentag hat. Vielleicht schaut ihr trotzdem in die sozialen Medien rein, auf die Plattform und macht ein bisschen mit. Oder ihr genießt natürlich den Vatertag oder den Feiertag. Wir werden auf jeden Fall trotzdem ein bisschen dabei bleiben. Und ansonsten kann man das Ganze ja dann noch mal nachlesen. Und die Aufgaben sind ja so gedacht, dass man die jederzeit machen kann. Die haben ja kein Verfallsdatum. Wir haben die festen Termine. Wir hatten quasi am Montag den Auftakt. Da gibt es die Aufzeichnung auch zum Nachschauen noch mal. Da haben wir das ganze Thema Ambassadoren vorgestellt. Da springe ich jetzt dann auch gleich noch mal rein. Wir sind parallel mit dem Working Out Loud Circle inzwischen schon im Zirkel 3 unterwegs. Das heißt, wir sind da gut unterwegs. Ich habe gesehen, dass in der Liste der Teilnehmer schon einige sich eingetragen haben. Es laufen also parallel jetzt weitere Working Out Loud Circles an. Working Out Loud als Lerngruppenzirkel, die die persönliche Verhaltensweise an die digitale Welt so ein bisschen auch anpassen. Heute machen wir gerade die Zwischenergebnisse. Und am Freitag gibt es dann nochmal den Wochenrückblick. Und ich springe jetzt gleich ins erste rein. Wir haben hier unten diese fünf Tagesthemen. Die schalte ich dann jeweils immer am Morgen um sieben Uhr frei. Ich gehe mal in das erste Thema rein. Und zwar war das das Thema Body Concept. Hier haben wir vorgestellt, wie sieht denn die Ambassadoren-Lernreise aus? Ambassadoren waren die Botschafter der Continental, die vorher nur analog unterwegs gewesen sind an Universitäten und Konferenzen. Wir haben die Lernreise so vorgestellt und wir haben das Body Concept vorgestellt. Also Leute helfen sich gegenseitig. Manche nennen es Reverse Mentoring. Ein Teil davon ist aber nicht nur das, sondern eben auch auf Veranstaltungen zu gehen. Gemeinsame Digitalkompetenzen mit Working Out Loud aufbauen und voneinander lernen. Also Digital Natives mit, ich sage jetzt mal, den alten Haudegen zusammenbringen oder auch den jungen Haudegen sozusagen. Es gab in der Diskussion eine Frage, was dieses Veranstaltungen promoten, was das denn bedeutet genauer. Also da gehen zum Beispiel jemand, der sowieso an die Universität geht und einen Fachvortrag hält, der geht nach wie vor dahin. Also der hat schon seine Netzwerke, der hat schon vielleicht auch Verträge, um irgendwelche Vorträge zu halten und nimmt aber jetzt jemanden mit, der schon eine gewisse Medienreife hat, Medienkompetenz hat, natürlich in Absprache und freiwillig. Und der würde dann diesen Vortrag oder diese, was auch immer da gemacht wird, entweder per Audio aufzeichnen oder per Video aufzeichnen oder auch ein Live-Chat davon. Entweder halt intern in unserem Enterprise Social Network oder auf Twitter begleiten. Das heißt, dass auch Leute, die nicht vor Ort sind, entweder live das Ganze verfolgen können über eine Verschriftlichung, über ein Protokoll quasi oder eben im Nachhinein innerhalb der Kontinental das Ganze sich nochmal anschauen können, weil ganz viele von unseren Ambassadoren sind ja Experten. Es sind spezielle Fachleute für ein Gebiet und arbeiten da mit Universitäten zusammen. Und oft wissen auch die Kollegen, wenn die zwei, drei Büros weiter sind, überhaupt nichts davon, was der macht und was die so tun, wie berühmt manche Leute da vielleicht auch sind. Das hat also auch ganz viel mit Wertschätzung mal zu tun. Also der eine nimmt auf, der andere macht seinen Vortrag und beide haben was davon, weil der, der aufnimmt und die Technik macht, kommt in Kontakt mit der Uni, lernt, wie das da abläuft, kann auch Netzwerke aufbauen und physikalische Kontakte knüpfen. Und umgekehrt derjenige, der seinen Vortrag hält, hat eigentlich kaum mehr Aufwand. Aber ist es jemand da, der ihn promotet, der die Reputation aufbaut, einerseits von der Firma natürlich und andererseits aber auch von den von den Fachthemen. Also das war eine Frage, die sei hiermit nochmal auch beantwortet. Ein Beispiel noch zu der Montagsaufgabe, dem 60-Sekunden-Clip. Also das Spannende ist, ihr müsst so ein bisschen suchen. Es gibt hier ganz tolle Video-Sessions drin. Der Simon Dückert hat so ein richtig intensives Lernvideo aufgenommen. Ihr seht auch schon hier drin, er hat sich da selber ins Bild reingemorpht. Da gab es dann auch eine Diskussion, wie kann man denn sowas machen. Es gab hier verschiedene Videos hier zum Thema Kann-Bahn. Die Silke Rehberg, die hat am Montag ja so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen und hat daraus dann gleich ein Learning-Bide gemacht. Das finde ich besonders wertvoll, wenn sich das jemand traut. Erst klappt was nicht richtig. Ah Mist, hoffentlich merkt es keiner, könnte man einerseits sagen. Nee, der bessere Umgang damit ist einfach zu sagen, hey, schau mal, das hat nicht funktioniert und so kannst du dafür sorgen, dass es bei dir nicht passiert. Und hat dann hier im Endeffekt jetzt so einen kleinen Screencast gemacht, wie man denn dieses Problem ganz schnell lösen kann. Und so sind da jetzt eine ganze Menge schon Videos einerseits hier drin. Meine Bitte vielleicht an alle, die Videos noch woanders hinnehmen. Ich habe nämlich Videos auch noch auf YouTube gefunden. Ich habe sie auf Twitter gefunden. Ich habe sie auf Facebook gefunden. Und es hat noch nicht jeder seine kleinen Videos da rein verlinkt. Das wäre natürlich toll, wenn die alle irgendwo so dann mal auf einer Seite zum Nachlesen wären. Also das zur Montagsfrage. Gibt es zu dem Montagsthema Video irgendwo noch Feedback, irgendwelche Rückfragen, irgendwas, was wir nochmal besprechen sollten? Also ich würde sagen, man kann immer noch Videos machen, jederzeit gerne. Vielleicht machen wir dann am Ende des Moogs oder vielleicht greifen auch andere Firmen das auf. Und wir machen am Ende des Moogs dann wirklich so eine Art Videosammlung an Best-Offs oder so. Gibt es zu dem Videothema irgendwelche Fragen? Oder Anmerkungen, Wünsche, Hoffnungen? Ihr könnt schreiben, entweder hier links in der Unterhaltung. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr hier links unten beim Skype-Fenster, da gibt es so eine Sprechblase, die heißt Chat, wenn man draufschreibt, draufklicken. Dann könnt ihr die Fragen einfach da reinschreiben oder eure Themen. Oder ihr macht einfach die Stummschaltung von eurem Mikrofon auf. Das ist der blaue Knopf in der Mitte. Und dann könnt ihr es einfach sagen. Die Frage bei den Videos, gibt es das bei Continental, dass die Leute auch im Betrieb solche Videos sharen? Und die Social-Media-Plattformen, die wir im Haus haben, sind da momentan noch etwas zu stark? Ja, also Video ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung für eine Organisation, vor allen Dingen weltweite Organisationen. Das schaut auf YouTube immer so leicht aus. Da kann man sie einfach hochladen, egal wie groß das ist. Auch zum Beispiel Live-Blogging ist natürlich per Twitter eine Sache von Sekunden. Man macht ein Foto oder ein Video und man drückt auf Sharing, schreibt zwei Worte dazu, ein Hashtag und dann ist das fertig. In der Regel sind die Unternehmen so aufgestellt, also alle Systeme, die ich so kenne, die haben sehr starke Speicherlimitierungen. Das heißt, da ein 5 Megabyte Foto hochzuladen, ist relativ sinnbefreit, weil ganz oft natürlich auch im asiatischen Raum eine ganz schwache Anbindung da ist, die Chinese Wall und alles Mögliche, was man da beachten muss. Das heißt, in der Regel sind wir im internen Social Media sehr, sehr schnell mit reduzierten Bildgrößen. Oder eben Anja hat das jetzt auch erlebt von der Global HR-Konferenz, haben wir quasi ganz viele Videos gemacht und haben die dann in unsere Plattformen gebracht. Das war durchaus noch einiges an Aufwand. Also da braucht man zu der normalen Medienkompetenz, die ja recht flüssig im Internet schon läuft, durchaus noch ein bisschen mehr Wissen um die eigene Organisation, was da geht. Gibt es schon eine bestehende Videoplattform? In der Regel können die ESNs Video nur nicht so gut handeln, weil es einfach so große Datenmengen sind. Also da ist ja die Frage noch, wo mache ich das Editing, wo kann ich es einfach nur hochladen? Also da gibt es ein paar Sachen. Simon schreibt da auch gerade, was wie Audi das macht. Die sind da, glaube ich, schon sehr weit. Also da wird im Moment schon wirklich auch quasi Video geblockt und Video-Learnings gemacht. Wir sind selber bei Continental gerade dabei, eine Plattform auszurollen. So eine Art Conti-Tube, könnte man sagen, wo das dann alles auch ganz einfach wird. Aber da sind wir gerade dabei, das erst auszuholen. Ich sehe von Chris die Frage, wie finden die Videos intern bei Conti die richtige Zielgruppe? Bei Continental gibt es im Moment, würde ich sagen, zwei Arten an diese, oder es gibt viele Arten hinzukommen, aber zwei, die hauptsächlich verwendet werden. Das eine sind im Endeffekt so Broadcast-Videos. Das ist so ein Vorstandsvideo. Das ist etwas von BU-Business-Unit-Leitern oder Divisions-Heads. Also so Top-Down-Broadcasting-Videos. Die werden in der Regel über so die gängigen Formate, über ein, wir haben so ein Executive-Portal. Da kann aber jeder rein. Das ist nicht nur für die Executives, aber darüber wird es promotet. Die werden über Intranet promotet, über Banner und natürlich über Enterprise Social Networking, über unser Connext. Das wird gepusht, könnte man sagen, auch über Newsletter und so weiter. Und das andere ist im Endeffekt, dass wir das natürlich über Tagging, über Communities, über Netzwerke bottom-up verbreiten. Das heißt, Leute können danach suchen. Leute kriegen die Informationen über Statusmeldungen. Wenn einer das Video liked, kriegt sein Netzwerk diese Informationen. Also ich würde mal sagen, bottom-up und top-down funktioniert ziemlich gut. Die dritte ist die übliche. Da brauche ich jetzt nicht darauf eingehen. Da gibt es entsprechende Video-Learning-Plattformen. Also da gehe ich halt hin, wenn ich ein Training will und kriege dann ein Trainingsvideo. Aber so ein richtiges YouTube im Endeffekt, das bauen wir gerade erst auf. Hallo Silke. Hi. Grüß dich. Bin ich zu hören? Du bist auch perfekt zu hören. Du hast dein eigenes Learning-Bide auch angeschaut. Sehr gut. Nein, super. Und schon funktioniert es eben. Weiß nicht, Anja, gab es jetzt noch andere Fragen? Sind jetzt doch ein paar gekommen? Die eine hast du schon beantwortet, wie das Thema Video bei Conti behandelt wird. Ob das genutzt wird zum Beispiel bei uns im Social Network. Vielleicht nur ein Tipp. Der Simon ist ja auch da. Ich habe ihn schon bloggen gesehen. Der hat bei der Cognion so eine Wiki aufgebaut, wo er auch so viele Podcasten und für all diese Themen auch mal Vorschläge macht, welche Hardware, welche Geräte und aber auch welche Software man verwenden kann. Also für Podcasten weiß ich es genau, dass er es drin hat. Aber ich glaube, du hast da auch was mit Video oder eben anderen Medienkanälen. Also das hat er schon gepostet im Media Lab. Das wäre so ein Anhaltspunkt. Vielleicht können wir das auch irgendwo hier drin mal aufbereiten, dass jemand vielleicht mal eine Liste zusammenstellt. Womit macht man denn am besten schnelle Bildbearbeitung? Also ich selber nutze da zum Beispiel auf dem Handy immer diese App, die nennt sich Snapseed. Das ist eine ganz, ganz nette Geschichte. Da kann ich ganz schnell Bilder mit ganz wenigen Klicks oder sowas deutlich verbessern. Okay. Was nutzt du für Videos dann auf deinem Handy? Ich habe echt mit mir gerungen, weil ich habe ja jetzt in dem MOOC schon so viele Videos hochgeladen. Also ich war jetzt mit mir am Ringen, ob ich jetzt da selber auch noch gleich mit rein schmeiße. Eigentlich will ich es schon machen. Ich nutze normalerweise im Moment die YouTube-Videos, also die Plattform von YouTube. Und zum Aufnehmen nutze ich wirklich die Videokamera vom iPhone. Ich habe für manche Filme oder sowas habe ich mir eine App geladen, die heißt Windtango. Damit kann man so ein bisschen so Old Style oder solche Sachen einfach so Filter drüber legen. Das ist manchmal vielleicht ganz praktisch. Aber für den Firmenkontext wäre das, glaube ich, nicht so das Ideale. Ansonsten nutze ich halt professionell als Software, wenn ich richtig größere Videos schneide, im Rechner die Final Cut Pro zum Beispiel. Oder innerhalb vom Unternehmen nutzen wir in der Regel Camtasia. Damit kann ich auch super Screen-Videos aufnehmen. Also Camtasia mit C geschrieben. Ich schreibe es mal rein. Das ist in meinen Augen die wirklich am leichtesten zu lernen und zu bedienende Video-Editing-Plattform, die ich überhaupt kenne. Vielleicht kann irgendjemand den Link schnell holen und rein machen. Das ist auch relativ günstig. Oder darf man jetzt hier keine Werbung machen? Es gibt ja auch andere. Gut, zu Video. Dann würde ich einfach weitergehen. Es gibt hier noch eine Frage und zwar hat jemand geäußert, dass er bei Kunden Bedenken hat mit der Video-IP, wenn die dort enthalten ist und eben das Vorgeben von SAEQ-Vorgaben, dass die verletzt werden. Und ob wir da irgendeine Idee haben oder diese Bedenken zerstreuen könnten. Ich schau gerade mal. Matthias Wien, magst du da vielleicht was dazu zu sagen? Ja, hallo. Für mich ist immer wieder das Problem, dass Kunden sagen, also wenn man gerade so Problemlösungen im Bereich Maschinenwartung und Ähnlichem hat, dass es dann sehr schnell heißt, oh, da könnte Intellectual Property, da könnte was zu sehen sein, was wir gar nicht wollen, dass es groß zu sehen ist. Oder dass bei der Behebung eines Problems vielleicht Sicherheitsvorgaben, Check-Vorgaben verletzt werden. Und das stellen wir dann auch noch für alle als Beispiel online. Also das sind so typische Bedenken, die ich dann immer wieder zu hören bekomme, wenn ich anspreche. Mensch, so Videos sind doch schnell gedreht und lasst uns doch wissen, Sharon, das Problem, das wir in einem Teil der Welt schon mal gelöst haben, müssen wir doch nicht im zweiten Teil der Welt nochmal lösen. Ne, das ist ein ganz, ganz relevantes Thema. Und ich bin natürlich kein Rechtsanwalt, dass ich da sagen kann, das und das darf man und das nicht. Ich versuche das selber für mich natürlich auch rauszufinden. Also wer mein Intro-Video gesehen hat, der würde da wahrscheinlich auch die eine oder andere, also mindestens eine fragwürdige Szene finden, die man jetzt vielleicht nicht drehen hätte können sollen. Ich würde mal so sagen, das Wichtigste ist, dass darüber innerhalb der Organisation eine Diskussion stattfindet. Ich glaube auch diese ganze MP3-Geschichte und Copyright und Bildrechte und all diese Sachen. Es gibt da Regeln, es gibt da Gesetze, die sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend beschrieben. Aber wenn sich Leute darüber diskutieren, wenn darüber sich unterhalten wird, wenn sich darüber ausgetauscht wird, wenn das dann auch noch mit Fachleuten passiert, die das Ganze nicht nur abwehren, sondern auch sich wirklich einlassen auf diese Diskussion, dann glaube ich, entsteht im ersten Schritt mal ein Bewusstsein, dass hier Grenzen sind. Und das ist das Erste, was wichtig da ist. Und wenn ich dann auf diesen Grenzen aufbauen kann und sage, so und jetzt lass uns nicht nur sagen, was verboten ist, sondern lass uns mal ganz explizit überlegen, was es erlaubt und was kann ich tun, damit ich mich quasi natürlich nicht strafbar mache, aber auch vielleicht irgendwelchen anderen Regeln entspreche. Und das kann mal sein, dass man bestimmte Stellen einfach abdunkelt. Also vielleicht hat man dann irgendwo einfach so ein Roll-Up-Display, dass man einfach vor die kritische Maschine stellt, die nicht zu sehen sein darf. Das mag sein, dass man in einen speziellen Raum geht, um das darzustellen, dass eben nicht kein Hintergrund da ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wie gehe ich ran? Gehe ich ran, dass ich sage, oh, das ist alles zu gefährlich und ich mache es dann grundsätzlich gar nicht. Oder ich gehe her und sage, lass uns mal überlegen, was ist denn wirklich kritisch? Lass uns das ganz klar formulieren und dann lass uns mal schauen, was passiert und mit den Dingen dann lernen und umgehen. Also dann die linke und rechte Leitplanke, sage ich jetzt mal, festlegen. Das ist natürlich ein schwieriges Vorgehen, wenn es um rechtliche Sachen geht, aber man muss ja nicht immer gleich mit den Patentsachen anfangen. Nein, aber es wird natürlich gerne immer von Firmen oder von den Oberen genutzt, um ein Argument dagegen zu haben. Und ich denke, einer der wichtigen Punkte, das hatten wir aber ja auch schon vor ein paar Tagen, ist, dass wirklich die Führung des Unternehmens es will und mitmachen muss. Wenn das nicht der Fall ist, sondern von da die Widerstände kommen mit solchen vermeintlichen Totschlag-Argumenten, wird es natürlich immer schwierig. Danke. Ja, sehr gerne und vielen Dank für den Input. Also ich glaube auch, je weiter eine Firma ist, dann mit der Digitalisierung. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben uns natürlich auch unheimlich viele Gedanken in verschiedenen Bereichen zum Thema Video gemacht. Und das Beispiel, das Sie genannt haben, Videoaufzeichnungen von einem Werk, um es im anderen zu lernen, haben wir natürlich auch ausprobiert. Google Glasses und die entsprechenden Brillen alle gekauft und haben damit unsere Leute losgeschickt und natürlich begleitet. Und was waren aber die Erfahrungen? Die waren nicht intellectual property, sondern die Erfahrungen waren, oh, das wird ganz schön heiß an den Ohren. Oder da wird man irgendwann schwindelig, wenn man das Ding zwei Stunden lang auf hat. Also man kriegt plötzlich ganz andere Impulse, ganz anderes Verständnis, einen anderen Reifegrad, wenn man sich mit den Themen dann ernsthaft beschäftigt. Also ernsthaft ist jetzt falsch, weil die anderen werden es auch ernsthaft machen, aber ernsthaft mit der Lösung des Problems beschäftigt und nicht mit der Verhinderungstaktik, sage ich jetzt mal. Oder mit dem, oh Gott, was könnte da alles kommen? Das ist gut, aber man soll es schon auch mal machen, um wirklich zu erleben, was wirklich dahinter steckt. Danke. Genau, und da kann man sich ja eben eher unkritische Sachen raussuchen. Ich habe das ganz bewusst mit den Ambassadoren gemacht. Die Ambassadoren sind deswegen für mich insofern unkritisch. Die machen einen Vortrag vor 50, 60 Leuten. Ich kann doch heute gar nicht mehr verhindern, dass das irgendjemand anders per Video oder per Handy aufnimmt. Und dann möchte ich es doch lieber selber aufnehmen und eine entsprechende Qualität online stellen, als dass jemand mit irgendeinem verwackelten Handy da nur kleine Ausschnitte rausgefilmt hat, die ich überhaupt nicht mehr in Verbindung oder in den Kontext setzen kann. Also ich fange da an, wo es eigentlich am wenigsten vielleicht wehtut und wo es aber auch einen großen Effekt hat. Und wenn ich da dann Erfahrungen gesammelt habe, dann gehe ich an Stellen, wo ich mir vielleicht Bedenken habe. Wir sind in Deutschland schon sehr schnell immer dabei, das muss erst die perfekte Gesamtlösung sein und alle Antworten beantwortet, erst dann trauen wir es uns wirklich zu tun. Mit autonomen Fahren diskutieren wir die ganze Zeit darüber, ob jetzt die Oma oder das Kind totgefahren wird als erstes. Das ist eine völlig sinnfreie Diskussion. Also schon wichtig, aber das ist nicht die wichtige Diskussion bei autonomen Fahren. Man muss sich überlegen, was für Perspektiven muss ich anschauen, wie viel trauen wir uns nach dem heutigen Stand zu und wie gehen wir davon dann weiter. Okay, dann würde ich in den nächsten Tag mal reinschauen. Ich übertrage wieder meinen Bildschirm und wir gehen. Thema Vernetzung habe ich als Input im Endeffekt gegeben. Das Guide-Konzept, das kann man hier nochmal nachlesen. Da sind dann auch die entsprechenden Videos drin. Das ist zwar schon ein relativ altes Video, könnte man sagen, von 2012, aber es sind ja immer noch einige Firmen unterwegs, die noch nicht mit Social Media arbeiten. Und ich glaube, damals ist in dem Video auch die Botschaft relativ gut rübergekommen. Was bedeutet es denn, in diese wirklich neue digitale Welt einzusteigen? Und nachdem das Guide-Konzept wirklich von vielen Firmen inzwischen auch genutzt und kopiert und weiterentwickelt wird, fand ich das als einen ganz guten Ansatz. Das Thema Guides im Kontext des Lernens haben wir ja ein bisschen schon kennengelernt am ersten Tag über dieses kleine Video erstellen. Also kleine Lernaufgaben. Genau so habe ich im Endeffekt damals auch die Ausbildung der Guides definiert. Die hatten quasi jede Woche eine andere Lernaufgabe, die dann immer verschiedene Aspekte beinhaltet hat. Also einerseits selber etwas zu lernen, aber mit der Aufgabe auch einen Mehrwert für sich und andere zu schaffen, vor allen Dingen auch für andere. Gleichzeitig in der Aufgabe, sich mit Leuten zu vernetzen und auszutauschen. Und dann gab es immer noch so eine kleine Bonusaufgabe, um dem Ganzen noch einen gewissen Anreiz zu geben. Hier sind dann noch entsprechende Podcasts drin. Da kann man wirklich so die ganze Story dahinter und alles Mögliche dann nochmal nachhören, wenn man das möchte. Und eins habe ich noch, das ist vor kurzem noch reingekommen, weil immer Leute danach gefragt haben, ja wer sind denn solche Guides? Welche Persönlichkeitsprofile haben denn die? Wo finde ich denn die? Und wir haben die damals versucht auf drei Arten zu finden, nämlich einmal Top-Down. Ich hatte auf unserer Executive-Konferenz den Leuten im Endeffekt Visitenkarten gegeben. Das waren Nominierungskarten. Da habe ich gesagt, hier, du kriegst hier zwei Karten. Gib diese Karten bitte der Person deines Vertrauens. Von dem, wo du glaubst, der könnte der beste Guide in meinem Bereich sein. Wir haben Leute direkt angesprochen und wir haben Leute bottom-up über quasi eine Bewerbung. Da konnte sich jeder bewerben. Da bin ich zu unserem Vorstand gegangen und habe gesagt, wir wollen eine Mail rausschreiben an alle damals 90.000 Leute, wer Guide werden möchte, hier klicken oder sowas, wer will mit uns die Welt verändern. Und was dann dabei rauskam, war so ein kleiner Bewertungsbogen, so ein Selbsttest im Endeffekt. Und in der Regel, wenn man so diesen Test durchgegangen ist, da ging es nicht um eine Prüfung zu bestehen, sondern es ging darum, sich klar zu werden, was bin ich denn für ein Typ? Bin ich jemand, der eigentlich ganz früh in Dinge einsteigt, so ein Early Adopter? Bin ich jemand, der eigentlich erst eine gewisse Sicherheit braucht? Bin ich jemand, der sehr qualitätsorientiert und dafür aber entsprechend langsamer irgendwo ist? Das ist nicht negativ, sondern einfach das kommt mit her. Oder bin ich jemand, der ganz schnell unterwegs ist und ganz gern auch Geschwindigkeit braucht und so weiter und damit aber dann vielleicht auch mal so ein bisschen mehr Energie reinstecke, als es vielleicht notwendig ist? Und das war das Spannende bei diesem Bewertungsbogen, dass das wirklich so eine Art Screening gemacht hat. Da haben sich fast nur Charaktere beworben, die eine große intrinsische Motivation hatten. Also jemand, der das einfach nur mal machen sollte, der hat das Ding gar nicht abgeschickt. Und das Spannende ist, dass diese Einführung war ja 2011 bis 2013 und jetzt haben wir 2017. Seit vier Jahren gibt es eigentlich fast keine offiziellen Aktionen, kein Budget, gar nichts mehr. Und wir haben immer noch über 150 von diesen Guides aktiv unterwegs. Also das ist eine wahnsinnig nachhaltige Geschichte gewesen, wenn man die richtigen Leute dafür findet und die dann entsprechend mit, wie gesagt, diesen Lernaufgaben, diese Vernetzung, diese Kulturentwicklung, die da parallel gelaufen ist, wenn man das als so einen ganzheitlichen Ansatz eben sieht. Ich habe hier im Endeffekt dann gesagt, als Dienstagsaufgabe wäre es doch mal ganz gut. Und es war auch bei den Guides eine Aufgabe. Dort hatte ich das dann über Kontinenzgrenzen hinweg gemacht. Also sucht euch mal fünf Kontakte in mindestens vier Kontinenten. Bei mir da die Globalisierung natürlich auch sehr wichtig war. Hier habe ich es jetzt ein bisschen vereinfacht. Ich habe gesagt, geht doch mal auf Xing oder LinkedIn und sucht euch mal fünf andere Menschen, die vielleicht eine ähnliche Jobbeschreibung haben wie ihr selber und tauscht euch mit denen aus. In irgendeiner Form. Und dann kam noch, das wusste ich vorher nicht, wie ich da rankomme. Hier gibt es die Liste aller Teilnehmenden in dem MOOC. Und hier kann man die anschauen und dann kann man eben auch mal filtern. Die kann man sich auch entsprechend entweder in Excel holen oder direkt in Google bearbeiten und filtern. Und kann mal schauen, wer denn von meiner Firma noch alles da ist aus meiner Region oder sowas. Und sich dann mit den Leuten vielleicht zusammentun. Genau. Bonusaufgabe war hier dann wirklich nochmal vielleicht wirklich dann mit Likes oder mit Wertschätzung. Also zum Beispiel Kompetenzen bestätigen oder jemandem eine Recommendation auf LinkedIn zum Beispiel zu schreiben. Wirklich so in dem Working Out Loud Gedanken mal nicht nur Hallo, da bin ich, sondern hey, schön, dass du da bist. Schau mal, das ist das, was du machst. Das interessiert mich, das gefällt mir. Oder danke, dass du das und das geteilt hast mal oder hier mal was drüber geschrieben hast. Und diese Wertschätzung auch zu zeigen. Darauf gab es dann entsprechend dann auch diesen kleinen Post, den ich vor einer Zeit lang mal geschrieben habe, über die Unterschiedlichkeit von Feedback. Also angefangen von gar kein Feedback, über Likes, über einen Kommentar, wo ich nur sage Danke oder danke, das und das hat mir besonders geholfen. Oder wie gesagt, dann bis hin zu einem, ich schreibe einen erweiterten Kommentar dazu oder vielleicht sogar einen eigenen Blogpost. Da gab es auch ganz spannende Diskussionen dazu. Ich habe nicht so ganz richtig mitgekriegt, wie viele Leute sich daraufhin jetzt vernetzt haben. Aber es muss ja nicht immer für den, der die Aufgabe stellt, einen Wert erstellen. Also ich nehme mal an, dass es die, die es gemacht haben, für die war es auf jeden Fall erfolgreich. Gibt es da vielleicht von jemanden von euch Rückmeldungen, wo ihr sagt, okay, da habe ich Erfahrungen gemacht oder da gibt es noch Fragen dazu? Also ich schaue gerade mal so durch die Punkte durch. Es ist recht still, aber die Leitung steht noch, nehme ich an, oder? Christine wartet noch auf Antworten. Anja, weißt du, was Christine gefragt hat? Ich frage sie auch gerade. Oder Christine, magst du es uns selber sagen? Ich darf mein Mikro aufmachen? Ja, natürlich. Und ich kann es. Das ist man aus vielen Sessions gar nicht mehr gewöhnt, dass man es könnte. Nein, ich warte noch auf Antworten auf meine Netzwerk-Anfragen. Ich habe gestern ein paar Leute angetriggert über Xing, aber bis jetzt noch kein Echo bekommen. Mal schauen. Ja, da müssen wir die mal vielleicht noch mal ein bisschen auf einem anderen Kanal antriggern. Also das ist auch etwas, was wir viel diskutieren. Wie oft muss ich denn in Xing und LinkedIn reinschauen? Und da stellt sich eigentlich relativ schnell raus, dass die Leute, die das Ganze mit Mobilgeräten machen, die sind normalerweise sehr, sehr schnell da unterwegs, weil die kriegen halt auf ihrem Display auf der Startseite schon angezeigt. Übrigens, du hast hier drei Aktionen, drei neue Dinge sind gekommen und es ist mit zwei, drei Klicks, habe ich dann jemanden bestätigt oder mal eine schnelle, nette Antwort geschrieben. Während wenn Leute das Ganze nur in der Firma betreiben, das heißt, das schränkt sich dann schon mal ein, wirklich nur auf die acht, keine Ahnung, neun, zehn Stunden, die sie in der Firma sind. Plus, sie müssen ja die Webseite aufmachen, auf der das drauf ist, wenn sie nicht irgendeinen E-Mail-Reminder gekriegt haben. Also das ist ein Riesenunterschied, ob man Social Media im Allgemeinen oder diese ganzen Apps quasi mobil betreibt mit einem Tablet oder mit einem Handy oder ob man sie wirklich nur am Rechner betreibt. In der Regel kann man relativ schnell rausfinden, wenn jemand quasi sehr lange Antwortzeiten hat, dann wird er wahrscheinlich nicht mobil diese Sachen nutzen. Also jetzt nicht als Kontrolle, sondern einfach nur, um auch eine gewisse Erwartungshaltung aufzubauen. Wenn du sagst, die haben noch nicht geantwortet, dann sieht man so vielleicht auch, okay, entweder sind die vielleicht wirklich im Urlaub natürlich oder unterwegs. Aber es gibt Leute, da dauert so eine Beantwortung in der Regel wenige Minuten oder sowas, weil die einfach permanent online sind. Normalerweise, aber ich bin auch jemand, der es tatsächlich sich nicht so gerne als Push auf sein Handy schicken lässt. Aber ich bin da recht entspannt. Ich warte mal ab. Ich glaube, gerade auch in so großen Veranstaltungen ist auch nicht jeder jeden Tag so mit dabei. Von daher bin ich noch ganz ruhig. Ich glaube, das sollte auch nicht die Erwartungshaltung sein. Also wir sollen jetzt den Druck, würde ich jetzt auch nicht so groß machen, dass jeder immer überall präsent sein soll. Es gibt natürlich eine Gruppe von Leuten, die sind ständig online. Das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Also ein gewisser Reifegrad, kann man sagen. Aber es ist auch, viele sagen auch ungesund, wenn man die ganze Zeit nur quasi auf Abruf da ist. Ich habe von einem YouTuber mal eine schöne Erklärung gehört, die mich eigentlich eher verwundert hat, aber ganz positiv. Und zwar ein Grund, warum er so eine Smartwatch hat. Und zwar, weil er dadurch viel, viel seltener aufs Handy schaut. Also für die meisten Leute ist ja jeder zusätzliche Gerät eine weitere Störungsquelle. Und der ist aber hergegangen und hat gesagt, nee, ich habe mein Handy. Und jedes Mal, wenn bis jetzt irgendein Ping gekommen ist, habe ich aufs Handy drauf geschaut. Und dann hat er aber über die Smartwatch einstellen können, welche von diesen Pings, welche von diesen Meldungen, neuer Tweet, neue Anfrage, neues Mail, hat er gesagt, ich möchte nur von dem und aus der Geschichte und auf die Art und Weise einen Ping haben. Und dann hat sich das sehr stark reduziert. Und er hat dann quasi nur noch die wirklich wichtigen Sachen ans Handgelenk gekriegt und hat aber auch das gute Gefühl gehabt, dass er da nichts verpasst so ungefähr. Und hat sich dann aber Zeiträume vorgenommen, wo er dann durch seine Kanäle durchgeht. Also das nur so als ein kleiner weitergegebener Tipp. Und das fand ich eine ganz sinnvolle Erklärung, wie man solche Wearables oder so eine Smartwatch eben auch als Filter verwenden kann, um eben weniger gestört zu werden. Flugmodus ist natürlich auch eine tolle Idee. Stimmt, ja, da ist das Stören dann gleich ganz ruhig. Noch Fragen? Annette Wittke würde gerne wissen, ob es bei uns Experten, ein Expertennetzwerk gibt, welches zum Beispiel bei Tagging funktioniert. Vielleicht will sie selbst kurz was dazu sagen, weil, ja. Ja, vielen Dank. Wir haben ein internes Bosch Experts Organisation Netzwerk. Ich habe mich jetzt gleich geoutet, bin bei Bosch. Und ja, die haben so, mehr oder weniger sind das so Engineering Experten. Die sind also mehr inwendig und die mögen, also unsere interne Plattform wird von denen zwar genutzt, aber dass sie sich jetzt so outen, indem sie sich viele Tags geben oder so, das ist noch nicht so der Fall. Es ist etwas mühsam. Wir machen dazu jetzt sogar eine kleine Challenge, damit die da mal drauf kommen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und da wollte ich fragen, ob es da irgendwelche Erfahrungen noch gibt, wie man sowas vielleicht sogar noch etwas verbessern kann oder ja, etwas sichtbarer machen kann. Und für die Experten auch verträglicher, sage ich mal so. Ja, Experten sind ja in der Regel immer so ein bisschen Publikumsscheu. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, Silke, jetzt ist sie gerade weg. Jetzt hätte ich gesagt, ob du vielleicht kurz dazu was sagen magst, weil viele unserer Experten sind auch Ambassadoren. Und für die haben wir ja, damit es für die eben einfacher wird, so ein Tagging-Tool entwickelt. Also es klingt jetzt nach einer großen Plattform, ist es aber nicht. Es ist einfach eine sehr, sehr einfache Art und Weise, dieses Tagging anders zu betreiben. Und vor allen Dingen die Schwachstellen, die Tagging ja hat, so ein bisschen zu relativieren. Im Endeffekt ist das Tagging-Tool eine Aufklappliste, könnte man sagen, wo sich diese Ambassadoren oder auch Experten, wie gesagt, das ist bei uns eine Gruppe, die sich sehr gut überschneidet. Die gehen durch diese Liste durch und können über diese Liste, die klicken einfach nur an, was auf sie zutrifft. Und zwar Experte für das und das Thema, da gibt es unsere strategischen Themen, da können wir das anklicken. Aber da sind auch Sachen drin, zum Beispiel, ich möchte ganz gerne auf eine Konferenz oder ich möchte ganz gerne mal als Speaker irgendwo sein. Oder ich möchte Teilnehmer bei irgendetwas sein. Dann ordnen sie sich auch den Regionalgruppen auf die Art und Weise zu. Das heißt, wir verwenden das Tagging, um ganz viele verschiedene Dinge zu filtern, was man normalerweise über eine Datenbank machen würde. Und das wählen die alles auf. Die ordnen sich bestimmten Qualifikationen zu. Die ordnen sich bestimmten Dingen zu, die sie erleben wollen oder die sie weiterbringen wollen. Und am Schluss kopieren sie das ganze Ding einfach in ihr Profil. Ihr habt ja auch Connections bei Bosch als Plattform, also die gleiche wie wir. Das wird dann einfach ins Profil übertragen und dann haben die quasi so eine größere Tagging-Liste, die sie auch immer wieder aktualisieren können, in ihrem Profil drinstehen und haben aber selber was davon. Also es ist nicht nur, ich werde sichtbar, jeder kann mich jetzt anrufen und ich habe gar keine Zeit dafür. Das ist ja die große Angst bei vielen Experten. Sondern umgekehrt, wenn ich nicht getaggt bin als Ambassador, als Region Süd oder als ich will auf eine Konferenz gehen, dann haben wir denen auch ganz klar gesagt, dann wirst du auch nicht mehr angesprochen. Okay. Und das ist so eine zweiseitige Geschichte. Das eine ist das Tagging-Tool, wo sich die Leute taggen können. Das kann natürlich jeder andere auch verwenden. Und das zweite ist natürlich, dass wir, und das bietet ja Connections jetzt erstmal nicht, dass wenn ich daraufhin dann einen Tagging als Filter verwende, dann kriege ich ja so eine Ergebnisliste, eine Personenliste. Und wir haben uns so ein kleines quasi Excel-Makro gebaut, das dann aus diesen, ich sage jetzt mal wilden HTML-Java-Skript-Listen eine Mailing-Liste macht, die ich dann wieder verwenden kann. Und den nutzen unsere HR-Leute natürlich oder andere, die dann sagen, so jetzt zeig mir mal alle Ambassadoren, die in Deutschland, in Regensburg zum Thema autonomes Fahren arbeiten und kann die dann ganz spezifisch ansprechen. Oder zeig mir mal die, die sich zum Thema XY interessieren oder auf eine Konferenz gehen wollen. Also das ist jetzt nicht direkt mit IBM Connections verlinkt? Doch, also das meiste läuft alles in Connections. Wie gesagt, dieses Tagging-Tool, das ist im Endeffekt, haben wir eine SharePoint-Applikation gebaut und das andere ist ein Excel-Makro. Also ich weiß, dass ihr selber ja auch da so eine User-Gruppe habt oder sowas, also das könnt ihr bestimmt auch. Ihr macht das für die API da? Ja, ganz genau. Ja, und nicht mal API, also diese Listen, da kann man im Endeffekt einfach Copy-Paste und das Ganze ins Excel reinpasten und dann drückt man einen kleinen Makro-Knopf und dann steht am Ende eine Liste. Also das ist ganz, ganz simpel im Endeffekt. Okay. Das ist auch etwas, was große Organisationen, die versuchen immer große Lösungen zu finden. Aber man kann auch einfach mal die Ärmel hochkrempeln und einfach mal eine kleine Lösung machen und die funktioniert auch verblüffend gut. Ja, also danke. Gerne. Da sind wir eigentlich schon fast mit dem Thema Tagging drin. Von daher würde ich, wenn es, weiß nicht, Anja, gibt es noch andere Fragen gewesen? Sind noch andere Fragen da gewesen? Ja. Gibt es im Zusammenhang mit dem Finden und Taggen schon Entwicklungen in Richtung Cognitive Computing bei Conti oder anderen? Von Volkmar. Von Volkmar, ja. Da wird es natürlich jetzt richtig schön und spannend. Ja, es wird da an verschiedenen Stellen schon an Lösungen gebaut. Ich sage da nur das Thema Curious Bot, das Thema, also wie kleine Bots. Das sind so kleine Programme, die quasi basierend auf Artificial Intelligence dann hergehen und ich sage jetzt mal automatisiert parallel Lösungen anbieten wollen. Also wo sowas ganz oft im Einsatz ist und wir selber jetzt gerade auch einsetzen wollen, ist im ganzen Support-Umfeld. Das heißt, man kann sich es vorstellen, eine Firma führt irgendwo ein neues Tool ein und 150.000 Leute haben am Tag X das gleiche Problem. Die übliche Herangehensweise war eine Hotline und die ist dann natürlich den ganzen Tag beschäftigt damit, den Leuten die gleiche Frage zu beantworten oder zu sagen, wir sind noch nicht so weit. Wenn man das Ganze über Artificial Intelligence löst, dann gibt es entsprechend, also das geht schon sehr, sehr viel weiter, als es die meisten Firmen heute in der Lage sind, einzusetzen. Also Sie können heute schon einen Bot kaufen im Endeffekt, der über die Kamera ausliest, wie gerade mein Gemütszustand ist, ob ich jetzt schon ziemlich angefressen bin, dann werde ich halt zu einem Menschen weitergeleitet oder ich mache noch einen relativ freundlichen Gesichtseindruck, dann kann man mich auf einen Social Help Desk schicken oder vielleicht wirklich auf eine FAQ-Liste oder sowas. Also ja, da gibt es schon tolle Möglichkeiten, aber nachdem viele Firmen Social Media noch nicht eingeführt haben oder Video noch nicht richtig können, Gesichtsausdruck ablesen von der Artificial Intelligence ist dann für die meisten großen Konzerne wahrscheinlich noch ein bisschen weiter weg. Aber ja, es gibt es schon und ja, wir arbeiten da jetzt noch nicht mit dem Gesichtsausdruckslesen, da sind wir selber auch noch vorsichtig, aber eben die Bot-Einsicht, da sind wir dabei. Also da kommt noch ganz viel und da kann man sich dann vorstellen, was das dann für die Organisation bedeutet, wenn ein Service-Netzwerk dann plötzlich durch einen Bot ersetzt wird. Genau, es gibt die Watson-Alternative, es gibt von Microsoft eine Alternative, also da gibt es verschiedene Provider, die großen sind da alle dran, weil es völlig klar ist, dass man heute Probleme parallel abarbeiten muss und nicht mehr sequenziell und individualisiert. Und das wird natürlich schwierig. Früher war das das deutsche Help-Test, dann hat man es nach Indien verlagert und irgendwann hat man festgestellt, man muss da doch nochmal ganz anders rangehen. Und das ist im Endeffekt jetzt diese Artificial Intelligence, auf welchem Level auch immer die dann ansetzt. Ob die kognitiv ist, ob die predictive ist, also schon vorausahnend entsprechend Lösungen anbietet, bevor die Leute überhaupt Probleme haben. Aber auch sowas machen wir in der Firma schon, planen wir gerade auch schon ein. Genau, dann würde ich in den dritten Tag gehen. Und wieder zurück auf die Übersicht, das heißt... Was CoachNet ist, ein Zusammenschluss von den Trainern, von den Lehrern, Lehrenden in unserer Organisation. Also hier in diesem Kreis sieht man es, wenn man so ein bisschen reinschaut, sieht man es ein bisschen. Das sind die Guides, das ist CBS, das sind unsere Lean-Trainer, das sind die Experten, Projektmanagement-Trainer, Knowledge-Management, also Wissensmanagement-Vertreter, die Core-Media, also das ganze Intranet-Konsortium, das Innovation-Team, die Change-Agents. Also das sind lauter Rollen, das sind lauter Funktionen, die eigentlich alle autark sind. Und wir haben irgendwann gesagt, da gibt es dieses schöne Bild von diesen Türmen, die alle nicht verbunden sind. Und wir wollen da mal Brücken bauen und Fenster bauen und die Leute einfach mal über diese Grenzen hinweg bringen. Weil die machen ja alle doch sehr Ähnliches. Die haben eine gleiche Zielgruppe, nämlich unsere Mitarbeiter, natürlich unterschiedliche davon, aber das sind immer unsere Mitarbeiter. Sie nutzen alle eigentlich Tools, Werkzeuge dafür, entweder physikalisch oder digitale Tools. Und sie haben alle irgendeinen Content, irgendeine Verhaltensänderung zum Ziel oder einen Wissensaufbau. Und dann sind wir hier mal hergegangen, wie wäre es denn, wenn wir wirklich so lebendes Wissen mal etablieren. Was ist lebendes Wissen? Das ist, wenn es in den Köpfen der Menschen bewegt wird. Ich kann vielleicht nachher da mal so einen kleinen Vortrag noch von der Bitkom, den ich vor ein paar Jahren mal gehalten habe, verlinken. Da habe ich dieses Thema lebendes Wissen mal in so einer Keynote besprochen, wenn da jemand Interesse hat. Das Thema Social Learning, also voneinander lernen. Und Lernen fängt nicht mit der Antwort an, sondern eigentlich mit der Frage. Das heißt, wenn wir keine Frage haben, warum sollen wir dann lernen? Ich habe heute auch in dem Blogpost, das kann ich noch schnell zeigen. Hier das Video von Jean-Paul Maton verlinkt. Das ist zwar ein uraltes Video, könnte man sagen, aber da wird sehr, sehr schnell, glaube ich, klar, was dieses Lernen durch Lehren macht. Es erzeugt nämlich Fragen im Menschen und nicht, ich schütte euch mit Antworten zu. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung heute für Lernen, dass die Leute sich erst mal wieder trauen, Fragen zu stellen und diese Fragen dann bewegt werden in den Köpfen. Ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt, wie es um die Rechte ging und um die kritischen Themen. Wissen und Kompetenz entsteht doch erst, wenn sich die Leute mit dem Thema wirklich auseinandersetzen und eine persönliche Meinung sich darüber bilden. Und das geht doch nur, wenn sie auch Fragen haben dazu und wenn sie diese Fragen miteinander dann challengen. Die Leute zu verbinden natürlich und Zugriff auf diese Ressourcen zu haben. Man muss nicht alles alleine machen. Und das war so im Endeffekt so diese Überidee davon, Leute verbinden. Da gibt es die News, wo sich die Leute gegenseitig vorstellen, Best Practices, ihre Stories posten können und Feedback geben können. Es gibt dieses zentrale Wissen sozusagen zu jedem Tool, zu jeder Kompetenz, zu jeder Methode gibt es eine Wiki-Seite und da steht dann drin, wer macht es oder wer ist ein Ansprechpartner. Auch das ist Tag-basiert. Auf diesen Seiten sind kaum Tags drauf, sondern das sind fast alles nur Links. Entweder Links auf Filter, also Filter zu Informationen, Filter zu Personen, Filter zu entsprechenden anderen Wiki-Seiten, zu Blogposts, zu Diskussionen in Foren. Eben auch zu Material im Internet, auf YouTube, auf SlideShare und so weiter. Also hier kann ich quasi so einen ganz leichten Einstieg finden zu allem, was es gibt zu diesem Thema. Und eben auch selber dazu beitragen, ist alles offen. Das heißt, da kann jeder auch hergehen und das Ganze dann anreichern mit Informationen. Also nicht nur kommentieren, sondern selber. Die Wiki ist komplett offen. Es gibt zu den meisten Wiki-Seiten auch einen Paten, der so ein bisschen so Housekeeping macht und so weiter. Aber im Ende ist das eine komplett freie Geschichte. Da gibt es auch keine zentrale Funktion, die das Ganze betreibt, sondern das machen wir wirklich als Netzwerk. Und am Schluss gibt es noch als dritten Punkt so einen Kalender, einen Learning Bytes-Kalender. Da kann jeder, der sagt, okay, ich habe da was, das möchte ich mal anbieten. So ähnlich wie diese kurzen Videos, die wir am Anfang der Woche gemacht haben, kann man da auch jetzt über Telefonkonferenzen oder Videosessions oder eben physikalische Treffen Trainings anbieten. Das ist natürlich auch bei physikalischen Treffen dann immer ein bisschen begrenzt auf die Möglichkeiten der Teilnahme. Genau. Und als Mittwochs-Lernaufgabe, und das würde ich mit euch ganz gerne jetzt noch diskutieren, wäre im Endeffekt so, ja, was ist denn Tagging? Wo hat es euch schon geholfen? Was habt ihr für Erfolgserlebnisse damit gemacht? Gibt es so eine kleine Bonusaufgabe, wo man es auch nochmal selber direkt ausprobieren kann? Aber da würde ich jetzt auch erstmal in eure Fragen vielleicht reingehen. Welche Erfahrungen habt ihr mit Tagging schon gemacht oder was könnt ihr mit uns da teilen? Wer traut sich mal zu sagen, was ist Tagging überhaupt? Verschlagworten. Verschlagworten. Wir machen mal eine Suchmöglichkeit. Ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte es immer ganz gerne unterscheiden. Google ist suchen. Ich habe nichts, ich habe nichts, dann gebe ich was ein und dann kriege ich was. In der Regel kriege ich auch relativ viel. Tagging ist eher Filtern. Und Filtern heißt, ich habe vorher ganz viel und dann drücke ich auf einen Knopf und dann habe ich ganz, ganz wenig. Und das, was ich dann habe, ist nur noch relevant. Tagging Informationen wieder auffindbar machen, sagt Stefan, finde ich auch sehr gut. Für mich ist Tagging das Strukturelement überhaupt im Internet. Viele sagen ja, dass das Internet und die ganzen Datengräber komplett unstrukturiert ist. Für mich ist Tagging da sehr, sehr hilfreich. Und wie leistungsstark das ist, können wir ein kleines Spiel mal machen. Macht mal den Chat alle auf, dass ihr schnell antworten könnt. Ich versuche mal mit euch ein kleines Spiel, ob ihr dieses, ich stelle mir irgendwas vor. Der gesamte deutsche Wortschatz, egal was es ist, Ding, eine Sache, egal was. Und ich gebe euch jetzt einzelne Begriffe, Tags, Schlüsselworte. Und wenn ihr wisst, was ich meine, schreibt das einfach rein. Es ist rot. Farbe rot. Es ist schnell. Wenn ihr reinschaut. Ich habe nur zwei Worte gesagt. Zwei Tags. Rot und schnell. Okay, war vielleicht zu einfach. Probieren wir es nochmal. Es ist grün. Es ist aus Glas. Es hat einen Korken. Drei Tags. Das kann man mit allen möglichen Begriffen natürlich machen. Ich habe jetzt natürlich allgemeine. Danke. Also ich habe natürlich recht. Das ist ein Ferrari und eine Weinflasche. Tags helfen aus unglaublich vielen Dingen ganz wenige zu machen. Wenn ich 140.000 Mitarbeiter habe und ich sage CEO und Female, dann weiß ich, wer es ist. In unserer Firma zumindest. Wenn ein Raum mit 1.000 Leuten ist und ich sage, hat eine Brille, schwarze Haare, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass von den 1.000 Leuten dann wahrscheinlich nur noch 50 übrig bleiben, sehr, sehr hoch. Das heißt, ich kann mit Tags unglaublich schnell relevante Ergebnisse bekommen. Und das ist egal, wie groß die Datenmenge ist. Wenn da 10 Milliarden Videos in YouTube sind und ich sage, ich will ein Video, rote Luftballons, kleines Mädchen, dann kriege ich wahrscheinlich nur noch fünf Videos, egal wie viele vorher drin waren. Also Tagging ist dafür unglaublich reich. Jetzt hat Tagging aber natürlich ein paar Probleme. Nämlich erstens ist es sprachlich, von der Sprache abhängig. Das heißt, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch, alle haben eigene Tags für andere Wörter. Wir haben Einzahl und Mehrzahl. Wir haben bei Tagging das Problem, dass wir Wortstämme haben. Also wenn ich zum Beispiel das Wort Blatt nehme, dann könnte das ja ein Blatt von einem Baum sein, ein Papierblatt sein, ein Sägeblatt sein, ganz verschiedene Arten von Blättern. Also ich brauche normalerweise mindestens zwei Tags, um wirklich spezifisch zu sein. All das wäre dann mal zusammenzufassen. Das haben wir bei uns gemacht, um einfach mal so eine kleine Guideline zu machen. Einzahl, Mehrzahl ist so eine andere Geschichte. Viele Leute taggen etwas in der Mehrzahl. Wenn ihr auf Twitter schaut, da wird Tag ganz oft verwendet, immer mit dem Hashtag vorne dran, um es zu identifizieren oder überhaupt zu aktivieren. Dann gibt es viele Leute, die schreiben im Fließtext Worte dann als Tag. Das Problem ist bloß, dass im Fließtext müsste dieses Tag Mehrzahl sein oder in einer anderen Verwendung sein. Und dann passt es aber nicht mehr, weil dann funktioniert der Filter nicht mehr, weil die meisten Leute das in der Einzahl verwenden. Also da gibt es ein paar Sachen, die man einfach wissen muss drüber. Ich fände es super, wenn man das als Kommentare unter dieser Seite einfach mal alles sammeln, weil ich habe sicher nicht alle kritischen Punkte, die da drin sind. Tagging hat unheimlich viele Möglichkeiten. Tagging ist im Moment ASCII-Text. Also das ist auch relativ blöd, wenn man zum Beispiel Tags nimmt, um eine Abteilungsbezeichnung zu filtern. Und die Abteilung ändert sich. Dann habe ich ein richtiges Problem, weil tagge ich jetzt alle neu mit der neuen Abteilungsbezeichnung, nehme ich das alte Tag weg, kommen Leute dazu, gehen welche weg, will ich eine Historie von Tags haben. Also da gibt es ganz viele spannende Ideen, die man da haben kann. Und ich persönlich warte immer noch drauf, eigentlich seit zehn Jahren, dass irgendwer mal auf die Idee kommt, Tagging weiterzuentwickeln. Also das Ganze anzureichern und semantische Netzwerke dazu bauen und so weiter. Also das jetzt mal so als einen kleinen Impuls für die heutige Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ihr Fragen dazu habt, ob wir darüber noch was erweitert gemeinsam anschauen können. Wir haben noch eine Frage zum Tagging von Sebastian Hollmann. Und zwar fragt ihr, welche Erfahrungen du oder wir mit dem Tagging von hierarchisch höher gestellten Personen gemacht haben. Also gibt es da irgendwelche Vorbehalte? Also ich persönlich und ich behaupte jetzt mal, dass ich wahrscheinlich einer der aktivsten Tagger im ganzen Unternehmen bin. Also ich tagge seit dem ersten Tag, seitdem wir die Plattform haben, jede Person, mit der ich am Telefon bin. Weil ich nutze im Endeffekt unser Social Network als Telefonbuch, um einfach Informationen auch von den Leuten zu bekommen. Was machen die? Wie aktiv sind die schon? Das heißt, wenn ich dann erfahre, nee, der ist nicht der Richtige, dann tagge ich den mit dem, was ich gelernt habe über ihn. Und wenn ich gar nichts gelernt habe, tagge ich ihn mit dem Standort oder mit seiner Jobbeschreibung. Ich habe also wirklich von jeder Hierarchieebene mit Sicherheit schon durchgetaggt, inklusive unserer CEOs. Wir sind eine Firma, die hat über 400 Legal Entities, also quasi eigene Firmen in sich. Das heißt, es gibt für jede Firma einen CEO. Wir haben irgendwann mal festgestellt, dass Elmar Degenhardt, der Continental-CEO, gar nicht oben erscheint in der Liste. Weil Tagging natürlich auch, ich kann Dinge öfter taggen, also speziell dann Personen. Je mehr ich getaggt bin mit dem gleichen Wort, umso höher ist meine Relevanz, umso weiter oben erscheine ich in der Liste. Und unser CEO Elmar Degenhardt erschien nicht unter den ersten 20. Dann haben wir gesagt, heute machen wir mal einen CEO. Und dann haben wir mit den Guides zusammen so eine gemeinsame Tagging-Aktion gemacht und haben alle unseren CEO mit CEO getaggt. Und natürlich war er fünf Minuten später dann ganz oben auf der Liste. Und also, ja, wir haben alle Hierarchie-Ebenen schon durchgetaggt. Ich habe noch nie negatives Feedback gehört. Es gibt die Möglichkeit, jeder kann das Tag von sich selber wieder entfernen. Also, das ist ein Automatismus. Nein, nicht ein Automatismus. Also, jeder ist da selbst in der Verantwortung im Endeffekt. Ich habe bis jetzt über Tagging in der Regel nur positive Ergebnisse gekriegt. Ausnahme ist das, was vorher auch die Annette gesagt hat, dass ja Experten oft jetzt nicht unbedingt sofort sichtbar werden wollen mit ihren Kompetenzen. Also, gerade in der Ecke hat man am ehesten noch das Thema, dass wenn man jemanden taggt mit einer speziellen Kompetenz, dass die dann sagen, ich will aber gar nicht so sichtbar werden dafür. Aber dann nehmen sie es halt weg. Also, wir machen da gar keinen großen Aufwand. Und darum, wer nicht will, der hat schon. Peter Meitner, das finde ich gut. Der Vorgänger von Tagging ist die Schublade. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Also, es ist richtig. Alles, was in diese Schublade reinkommt, ist da drin. Mir wäre die Schublade insofern zu wenig, weil Tagging, der Vorteil von Tagging ist ja der, dass ich kann in vielen Schubladen sein. In der Schublade von früher war das, wenn ich in der einen drin war, dann konnte ich nicht mehr in die andere rüber. Also, Ordnernamen zum Beispiel, Dateinamen, also all diese Sachen, diese Strukturierungselemente, die sind ja nur eindimensional, die kommen ja ganz schnell an ihr Ende. Wenn ich aber statt Ordner und Dateinamen Text verwende, dann kann ich ein und dasselbe File oder ein und dieselbe Person verschiedensten Dinge zuordnen und ich muss es aber nur einmal ablegen. Also, da sind ganz viele Sachen drin. Genau. Okay. So, wir haben jetzt noch ganz wenige Minuten und ihr seid alle so still. Darum würde ich euch jetzt einfach mal die letzten drei Fragen nochmal so mitgeben und vielleicht traut sich für die letzten Minuten dann jemand noch zu einer der drei Fragen noch irgendwas zu sagen. Und zwar, wir haben drei Fragen drin für den Händler. Vielleicht auch im Rahmen eines Blogbeitrags nochmal schreiben, vielleicht kommen dann noch ein paar Kommentare dazu. Nämlich, wir haben zum einen, welche erfolgreichen Lernkonzepte für Führungskräfte kennt ihr? Also, wirklich ganz spezifisch für Führungskräfte von Teamlead bis rauf zum Vorstand, wo man sagt, das ist ein Konzept, das hat bei uns in der Firma schon mal einen echten Unterschied gemacht. Das haben die Leute entweder besonders gern gemacht oder es war besonders erfolgreich. Also, eines der sehr bekannten davon ist Reverse Mentoring, also speziell im digitalen Umfeld. Man nimmt so einen Nerd oder einen Startup, einen Chef von einem Startup und bringt den zusammen in einem Frühstück oder in einem Mittagessen oder in einem bestimmten Setup dann in einem Mentorenkonzept. Die zweite Frage wäre, Lernen als Investition in die Zukunft, wenn ihr in der Firma hergeht und zu eurem Chef sagen würdet, ich brauche ab jetzt 10% meiner Arbeitszeit, um zu lernen, um Feedback zu geben, um mich auszutauschen, um all die vielen Dinge, die es da um mich herum gibt, einfach wieder auf dem Stand der Dinge zu sein. Dann wird vermutlich die Führungskraft sagen, dann muss ich ja meine Ziele um 10% reduzieren, oder? Also mit welchem Satz würdet ihr in so ein Gespräch gehen, wenn ihr morgen 10% Arbeitszeit für Lernen verwenden wolltet? Oder vielleicht habt ihr das schon und mit welchem Argument habt ihr es bekommen? Und das dritte wäre im Endeffekt die Frage, es gibt sicher, und das haben wir beim letzten MOOC gelernt, Leute, die steigen ein und mit voller Energie und jetzt endlich, und da bin ich total dabei. Und dann kommt das Leben und dann kommen Termine und dann kommen Chefs und wollen was von einem. Und plötzlich muss man dann früher raus aus dem MOOC, hatten wir ja schon. Oder ich habe eine Woche verpasst, ich steige später ein. Denn ganz oft hören wir von Leuten, wenn wir dann persönlich mit ihnen reden, ja, ich habe irgendwie den Anschluss verloren, aber jetzt wieder reinzukommen, ich müsste so viel nachlesen, nee, dann bleibe ich lieber draußen. Welches Argument würdet ihr im Endeffekt den Leuten geben, dass es doch auf jeden Fall Sinn macht, da wieder reinzugehen? Und da gibt es ein ganz, ganz schönes Video, das ich gestern gesehen habe, ich habe leider den Namen vergessen, aber den kann ich dann nachschauen nochmal. Oder ihr findet den auch in der Liste von einer Dame, die hat ganz schön genau darüber ein Video schon mal in Learning Byte geschrieben. Aber das wären so die drei Fragen, die, wenn ihr Lust habt, ihr jetzt noch in den letzten paar Minuten nochmal einen Impuls dazu geben könntet, wenn ihr wollt. Ansonsten wird man die dann offline diskutieren. Simon hat schon ein paar Links geschrieben zu dem Thema Learning Journey, Mentoring. Daimler hat da auch was gemacht, genau. Ich habe auch netterweise von einem Kollegen gleich eine Übersicht bekommen, wie Mentoring sauber läuft. Vielen Dank nochmal auch dafür. Also auch, man kriegt da auch ganz viel zurück über den MOOC. Also vielen Dank auch nochmal an die ganzen Teilnehmer in der Hinsicht. Wir lernen da selber richtig viel dabei. Danke. Also bei uns, Bosch, gibt es hier auch nochmal ganz klar die Richtung, dass wir anfangen, in dieses Working Out Loud Thema auch für Führungskräfte einzusteigen. Also es gibt erst positive Rückmeldungen, wahrscheinlich sogar, dass das Working Out Loud möglicherweise eine Nachfolge oder eine Parallelveranstaltung für Reverse Mentoring wird. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das in Teams nicht so gut funktioniert, wie in Zweiergespannen, aber da sind wir gerade dran und verbinden dann halt Working Out Loud mit Führungsaspekten im Change. Genau. Super. Benedikt sagt, danke Annette dafür. Ja, also ich habe das schon auch schon gehört, die Weiterentwicklung der Working Out Loud Circles, das Ganze ein bisschen kompakter zu machen als Teaser quasi, scheint da sehr erfolgreich zu sein. Benedikt sagt, 10% lernen, ich frage nicht. Also ich bin so als kleiner Revoluzzer, sage ich da auch Chapeau auf jeden Fall. Also ich muss auch nicht immer um Erlaubnis bitten. Ich glaube nicht, dass mir jemand ankreidet, dass ich mich im Sinne der Firma weiterbilden möchte. Die Frage ist, möchte ich sowas im Unternehmen etablieren als HR-Funktion zum Beispiel, was dann brauche ich schon eher irgendwelche ROI und KPI und sonst was für Argumente leider noch in den meisten Firmen. Wir haben bei uns in der Abteilung zum Beispiel mal beschlossen, dass wir quasi, ich weiß nicht, wie wir das genannt haben, Ich-Zeit oder sowas, also quasi einmal im Monat einen Tag, den man nur für sich nutzen kann. Also man kann dann entweder auf eine Konferenz gehen, man kann den ganzen Tag mit Lernen verbringen, man kann den Tag auf drei Tage aufteilen. Also das Pensum von einem ganzen Tag pro Monat mal wirklich ganz explizit keine Termine, keine Störungen, sondern nur das tun, was dem persönlichen Fortkommen dient. Gibt es sonst noch Ideenpunkte rund um die Fragen? Entweder um die Führungskräfteentwicklung, um das Thema Wiedereinstieg in die MOOC-Lernreise oder eben Rechtfertigung für Lernen. Eine Frage, die Führungskräfte sollten ja auch lernen. Ja. Also sind quasi Online-Programme oder ganz offizielle On-Demand-Programme bekannt, also mir jetzt persönlich noch nicht, hier im Unternehmen, die einfach den Führungskräften dann auch oder Führungskräften im Allgemeinen zur Verfügung gestellt werden. Gibt es da schon was? Also wir haben da schon Programme. Also es gibt natürlich einmal jetzt das ganze Thema Leadership Framework, das natürlich ganz sauber durchdekliniert ist, was mache ich auf der Reise, Führungskräfte zu werden in der Continental. Also da ist das ganz sauber schrittweise definiert, was man alles machen kann. Parallel dazu, wir machen auch Working Out Loud natürlich bei uns im Unternehmen, bieten es in den verschiedenen Stufen auch an. Wir sind gerade dabei, auch für diese jetzige Digitalisierungsreise, für dieses New Workstyle-Thema, das wir am Freitag nochmal vorstellen, sind wir auch dabei, eine App zu bauen, die dann, ich sage jetzt mal, den Führungskräften so eine, ich sage jetzt mal, eine Lernreise wirklich mit, wie so einem Reisepass auch machen, wo sie sich ihre Reifegradstempel holen können und dann so auch so eine Art Zertifikat kriegen. Ich bin jetzt digital Level 1, 2, 3 oder sowas. Und das kombiniert mit dem Body-Konzept, was wir vorgestellt haben, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, Führungskräfte zu zehnt in eine Gruppe zu schulen. Das macht gar keinen Sinn. Also wenn dann eher so wirklich so im One-in-One oder eben in einer persönlichen Umgebung. Ja, und online wird da natürlich, also wir versuchen gerade das, was wir damals bei dem Enterprise Social Media bei der Einführung so ein bisschen vernachlässigt haben. Wir haben Top-Down und Bottom-Up da sehr erfolgreich gearbeitet, aber eben die Führungskräfte sind davon ausgegangen, dass die das selber verstehen. Das war natürlich Blödsinn. Also das sind genauso Menschen und die haben sogar noch mehr Interesse daran, ihre gefährdete Macht vielleicht dadurch zu schützen, dass sie eben nicht so hundertprozentig transparent sind. Und unsere derzeitigen Karriere-Modelle fördern ja jetzt nicht unbedingt Transparenz. Also von daher muss man genau da jetzt nochmal rangehen und das wollen wir eben genau in dem Projekt jetzt tun. Und da muss ich noch ein bisschen um Geduld bitten. Da werden wir dann so in einem Jahr oder so, wenn wir dann auch die richtigen Erfahrungen haben, natürlich auch was zu erzählen. Danke. Gerne. Chris Rollenwechsel, Herr Erler, präsentiert Fachthemen in Abteilungen. Ja, also auch dieses gegenseitige Austauschen, da sind wir auch dabei, das aufzubauen, weil wir da auch einen ganz großen Vorteil darin feststellen. Wir haben da ein Format, ein Barcamp-Format entwickelt. Das haben wir als Blueprint auch getestet, auch in dem Bereich CoachNet, was ja heute unser Thema ist. Wir haben das dann, also im Endeffekt, das ist ein Drei-Stunden-Termin. Also wir haben das probiert zwischen 90 Minuten und einem Tag. Wir haben es versucht in Deutschland, in Rumänien, in Singapur, in Shanghai, in Mexiko, in Amerika, also wirklich verschiedene Kulturräume. Wir haben daraus dann so eine Art Blueprint-Agenda gebaut und die besteht im Endeffekt so aus drei Bereichen. Nämlich einen, wir laden Leute ein aus verschiedensten Funktionen, also cross-funktional. Wir bringen die Leute physikalisch zusammen. Da stellen sich die dann vor, auch schon mit Tagging und so weiter, so eine andere Art des Sich-Vorstellens. Dann besprechen sie quasi, dann stellen sie Fragen an, was wollt ihr denn arbeiten? Und das ist komplett frei, also wie Barcamp. Und an diesen Fragen, die werden dann unter den Teilnehmern ausgewählt, gevotet. Und dann wird quasi ein Mittelteil, wird an diesen Fragen gemeinsam mit der jeweiligen Kompetenz und mit der jeweiligen Perspektive daran gearbeitet. Und dieses gemeinsame, fachübergreifende Arbeiten, das erzeugt unglaublich Energie. Wir erleben ganz oft, dass die Leute in diese Barcamps reingehen und sagen, ja wie, keine Agenda und über welches Thema es geht, wissen wir auch noch nicht und so. Und dann haben sie gesagt, wieso, ihr seid doch da, mehr brauchen wir nicht. Ihr habt also genug Interesse, dass ihr hier seid. Und dann kommen sie rein und dann sind sie in der Regel nach einer halben Stunde oder so, sind die alle so aufgeladen mit, wow, habe ich noch nie erlebt. Und toll und der Austausch. Und nach diesen drei Stunden sind die alle ganz hyper und wollen das unbedingt nochmal machen. Und also man kann da schon sehr, sehr viel machen mit dem, was eigentlich da ist in Unternehmen. Man muss es halt einfach mal vielleicht von den herkömmlichen Vorgehensweisen befreien und da ein bisschen freier rangehen. Klein und schnell ist manchmal besser als groß und schwer. Super. Wir sind, glaube ich, mit der Stunde am Ende dabei. Anja, herzlichen Dank wieder für die tolle Unterstützung. Gerne. Und jetzt würde ich sagen, machen wir dann weiter in den Kommentaren. Und ja, ich freue mich, wer dabei ist, wer sich den einen oder anderen Tag noch gönnt diese Woche. Wir hören uns dann am Freitag nochmal und dann halt mit so einem Gesamtwochenrückblick nochmal und mit den Aufgaben der nächsten beiden Tagen. Also herzlichen Dank und ich gebe zurück an Studio Joachim. Ja gut, du hast ja den Abspann schon gesagt. Wir sehen uns am Freitag wieder 13 Uhr. Und dazwischen diskutieren wir. Ja? Okay, ciao. Ja. Ciao, Freitag. Ciao. Ciao. Ich wollte jetzt nicht deinen Abspann wegnehmen, Joachim. Es tut mir leid. Sorry. Kein Problem. Es war dein Tag. Okay, dann schalte ich die Aufzeichnung jetzt wieder auf. Ja? Mhm. Okay. 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 Vielen Dank.